Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu den Datenstrukturen und zwar den grundlegenden Datenstrukturen heute mit der Linked List oder auch der verlinkten Liste I guess. Ja, wir wollen uns heute quasi das Next meistgenutzte Datenstruktur-Dings angucken nach den Arrays. Und da wollen wir dann auch so ein kleines bisschen angucken, warum eigentlich Arrays so komisch unflexibel sind und warum Linked Lists plötzlich so viel mehr flexibel sind und dafür andere Nachteile mit sich bringen. Okay, also zunächst einmal eine Linked List könnt ihr euch als Liste vorstellen, die immer irgendwie verlinkt. Und in eurem Speicher habt ihr jetzt nicht mehr als einfach nur dieses Startobjekt rumfahren und dieses Startobjekt referenziert dann auf das zweite Objekt. So nennt sich das. Das bedeutet, dass das Startobjekt, also dieser Startknoten hier drüben, der weiß einfach, wo Schinken in eurem Speicher liegt. Mh, Schinken. Und der Schinken weiß, wo es Käse gibt und der Käse weiß, interessanterweise, wo es die Ananas gibt und dann hat man eigentlich schon die perfekte Pizza. Ha, ihr kennt mich mal alle, die ihr kein Hawaii mögt, okay? Und ja, dann weiß natürlich die Ananas, wo es die Salami gibt und so weiter und so fort. Und dann haben wir eine sogenannte Linked List. Und ja, jetzt sieht man hier, das ist eigentlich auch schon sehr, sehr flexibel. Das heißt, ihr habt wirklich eigentlich am Anfang nur dieses Startobjekt, das ihr kennt. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr wisst nicht, wo Schinken, wo Käse, wo Ananas, Salami, Soße oder Reis in eurem Speicher liegen, sondern ihr wisst wirklich nur, wo dieses Startdingens rumfährt. Und das ist natürlich jetzt speichertechnisch sehr interessant, denn beim Array wisst ihr ganz genau, wo alle Elemente in eurem Speicher sind und deswegen kann man auch so schnell auf sie zugreifen. Aber, da ihr ja nicht wisst, ob hinter dem Array vielleicht noch ein weiteres Element reingespeichert wurde, könnt ihr nicht einfach das Array größer machen oder kleiner machen. Das heißt, hier seid ihr im Speicher komplett flexibel. Das ist einfach wirklich, der Speicher ist einfach schuld da dran, dass das Array eine feste Größe haben muss. Während die Linked List, die ist ja nicht mehr richtig abhängig vom Speicher, weil die Elemente immer ihren Nachfolger kennen. Also es ist quasi wie wenn man weiß, okay, nach der 1 kommt die 2, nach der 2 kommt die 3. Aber, ja, außer der 1 weiß niemand, dass die 2 danach kommt, okay? Gut, und das Ganze ist natürlich jetzt auch dementsprechend einfach, da ein neues Element einzufügen. Und zwar das Einzige, was man tun muss, ist, wenn man jetzt hier eine Banane einfügen möchte, also nach dem Käse und vor der Ananas, die haben ja eine Reihenfolge im Endeffekt, dann macht man das einfach so, der Käse bekommt gesagt, hey, schau mal, in dem Speicher, da gibt es die Banane. Und die Banane bekommt gesagt, hey, schau mal, Käse weiß, wo es die Ananas gibt. Geh mal her und bieg mal bitte den Pointer um und sag jetzt Käse, das nächste Element ist Banane. Und Banane sagst du, das nächste Element ist Ananas. Und dann schmeißen wir einfach beim Käse am Ende die Referenz auf Ananas raus. Das heißt, wir haben einfach die Liste quasi ein kleines bisschen umgebogen und die macht jetzt einen kleinen Umweg. Das geht natürlich beim Array nicht, weil da sind einfach alle Elemente direkt hintereinander so in eurem Speicher festgeschrieben. Und deswegen kann man da nicht einfach was reinschieben. Während bei der Linked List, da ist der Speicher irgendwie nicht relevant. Die merken sich quasi jeweils selber, wo diese Elemente rumliegen. So, und wie mache ich das, wenn ich was löschen möchte? Naja, auch nicht arg viel anders. Nehmen wir mal an, wir haben keinen Bock auf Soße, mal wieder. Und deswegen sagen wir, okay, die Salami, die bekommt jetzt einfach den Pointer zu Reis, direkt. Und danach sagen wir, der Salami, vergiss mal, wo die Soße im Speicher liegt, ist eh nicht mehr wichtig. Wir wollen keine Soße haben. Und somit weiß die Salami, wo der Reis liegt und die Soße, naja, die hat eben die Salami vergessen. Und damit haben wir die Linked List um ein Element verkleinert. So, und gerade bei den Laufzeiten sieht es dann folgendermaßen aus, wenn wir hier tatsächlich jetzt einen Zugriff haben, beziehungsweise einfügen und löschen, haben wir gerade gesehen, das geht direkt, da müssen wir gar nichts weiter tun, das geht in O von 1. Aber wenn wir jetzt hier einen Zugriff haben, das heißt, wir wollen, sagen wir mal, das fünfte Element haben, dann müssen wir vorne bei Start anfangen. Das heißt, wir müssen sagen, hey, schau mal hier, Start, dann Schinken, dann Käse, dann Banane, dann Ananas und ich glaube, dann sind wir bei Nummer 4, dann Salami und dann haben wir unser fünftes Element. Das heißt, um unser fünftes Element anzufassen, um das überhaupt auslesen zu können, müssen wir alle Elemente davor anfassen. Und das ist leider gar nicht so effizient, wie man das gerne hätte. Das liegt aber daran, dass die halt nicht mehr einfach direkt berechnet werden können. Beim Array konnte man wirklich direkt berechnen, wo im Speicher denn eigentlich meine Salami liegt. Das hört sich sehr falsch an. Aber wo im Speicher das Element Salami liegt, konnte man einfach direkt berechnen. Und hier muss man wirklich den Schinken, Käse, Banane, Ananas vorher anfassen, bevor man die Salami anfassen kann. Das hört sich noch falsch an. Ich sollte ein anderes Beispiel nehmen. Okay, wenn wir jetzt ein Element suchen, müssen wir, wie auch beim Array, einfach jedes Element einmal anfassen. Das heißt, da geht es genauso. Und ja, wir müssen quasi jedes Element vorher mal überprüfen. Das heißt, bei der Suche, naja, ist immer noch O von N. Aber eben jetzt hier der große, große Unterschied ist, dass wir Zugriff auf O von N haben. Und einfügen und löschen, das geht in O von 1. Das ist sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ihr häufig die Anzahl eurer Elemente oder die Reihenfolge eurer Elemente ändert, dann wählt definitiv die Linked List vor einem Array. Während wenn ihr häufig eure Elemente auslest, dann ist das Array eure Datenstruktur der Wahl. Aber wenn ihr dann häufig anpasst, dann wird natürlich auch eine Linked List wieder interessanter. Wenn ihr also alle Elemente auf einmal verwenden müsst, also zum Beispiel, ihr müsst so oder so jedes Mal, wenn ihr alle Elemente durchgeht, müsst ihr so oder so jedes Mal alle Elemente anfassen. Also was auch immer euer Algorithmus macht. Sagen wir mal, der möchte auf jedem Element in eurer Liste noch Schinken hinzufügen. Also quasi Schinken, Schinken, Käseschinken, Bananeschinken, Ananasschinken, noch ekliger, egal. Auf jeden Fall, wenn das der Fall ist, dann ist natürlich eine Liste auch sehr viel effizienter als ein Array. Okay. So, und dann haben wir natürlich noch einen weiteren Mini-Kandidaten, einen quasi anderen Datentypen, aber doch irgendwie nicht so ganz, der aber definitiv sich an der Linked List was abgeguckt hat, und zwar die Double Linked List. Und die Double Linked List, die hat einfach nur eine kleine Unterscheidung hier, und zwar die Elemente kennen auch jeweils ihren Vorgänger, und es gibt zusätzlich ein Ende-Element. Das heißt, ihr habt jetzt nicht nur den Pointer auf den Start, also ihr kennt nicht nur das Objekt Start, sondern ihr kennt normalerweise auch das Objekt Ende, und dadurch könnt ihr quasi, wenn ihr Salami sucht, könnt ihr entweder von vorne oder von hinten anfangen. Das hört sich so falsch an. Und dann bekommt ihr natürlich die Salami schneller in die Hand. Und ja, damit ist das Ganze auch ein kleines bisschen schneller als die normale Linked List. Deswegen verwendet man normalerweise auch immer die Double Linked List und nicht die Single Linked List, wie die andere auch manchmal heißt. Dafür müsst ihr aber natürlich ein bisschen mehr verwalten, weil eben die Ananas jetzt sowohl Käse als auch Salami kennt. Und wenn ihr jetzt die Salami löscht, dann muss der Käse sowohl die Salami kennen, als auch die Salami muss den Käse kennen. Das heißt, ihr müsst quasi immer mehr Pointer hin und her schieben. Ist nicht allzu schlimm, kann man durchaus programmieren, ist auch nicht so viel Arbeit, aber ja, ein bisschen mehr Arbeit ist es eben. Deswegen ist es mehr Verwaltungsaufwand. Und was auch noch sehr wichtig ist, ihr habt ein kleines bisschen mehr Speicherverbrauch, denn die ganzen Elemente müssen ja zwei Elemente kennen. Also Ananas muss sowohl Käse kennen als auch Salami kennen. Und das frisst ein kleines bisschen mehr Speicher, um genau zu sein, eben doppelt so viel, was die Pointer angeht. Aber das ist nicht so wirklich relevant. Ich meine Speicher, komm schon, ich habe 24 GB Arbeitsspeicher in meinem Rechner drin und selbst mein Handy hat mehr als 2 GB Arbeitsspeicher. Und wir reden hier vielleicht von ein paar Byte, die wir hier mehr haben für eine Liste. Also je nachdem, wie groß die Liste ist natürlich, aber normalerweise eben nicht so viel. Und dementsprechend normalerweise, wenn wir Listen verwenden, verwenden wir Double Linked Lists und keine normalen Linked Lists mehr. Aber Linked Lists kann man sich irgendwie besser, naja, anschaulicher auch erklären. Und dementsprechend, ja. Okay, das war es von meiner Seite auch wieder. Wenn ihr Fragen habt, ganz gerne mal den Discord-Server besuchen. Dort sind sehr, sehr viele Leute, die auch echt Ahnung haben und eure Fragen selbstverständlich auch beantworten können. Und ansonsten schreibt mir einfach ganz gerne. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.